Oh, sie ist viel zu jung, um eine Fidget-Puppe zu beschäftigen. Ja, ich habe viel zu viel Verantwortung für... Hey! Wir gucken erst mal hoch. Ich bin sogar leichter da hochgekommen, als ich dachte. Ich dachte, dann wird da wieder nichts. Das Grenpa. Blob. Der Flugmongo. Ja, aber ich glaube nicht, dass du das hier in der Wand schlappst. Wir mussten die Passage erstmals öffnen, um diese verrückte Nematode zu entfernen und die Stadt zu attacken. Mhm, also kriegen wir hier... ...demnächst dann tatsächlich die Fertigkeit. Was ist ein Nematode? Anyway, seems to me the only way you're getting through is by sliding. I'd kick you through myself, but you know, I got these fat little legs and they hardly keep me vertical. I appreciate the thoughts, but I'll find another way around. Here, boy. Take this red resonance gem. It'll open up the basement and maybe you'll find a better way down there. Just make sure to avoid impaling yourself in them spiking rocks and thorns. Resonanzstein. Wait, your underground cave has a basement? How does that make any sense? Hey, big fella. What do you say to me serving your flying rat? A big old jug of shut up juice. While you're down there, why don't you make yourself useful and collect me my hittin' stick? Your what? You see, I use this here stick to do my hittin'. But I lost her in the basement and I'm honestly just too gal-durn laser-like to go looking for it on my own. They don't have me standing around here for my good looks after all. Someone's got to defend this here hole. Also nochmal, weiß schon, ich benutze zum schlagenden Stock, hab'n in den Keller verloren, bin aber zu verflucht faul, das Ding selber zu holen. Außerdem stehe ich nicht hier, weil ich so dekorativ aussehe. Irgendeiner muss schließlich auf das Loch aufpassen. All right, Blob. If I should come across your hittin' stick, I'll be sure to pick it up. Stick. Oh, der ist schlecht. Gut, der muss da unten irgendwo im Keller sein, also müssen wir mal tatsächlich erst runter und zusehen, dass wir da unten irgendwie da drüben da oben kommen zur Lady. Was ist denn hier oben los? Noch eine Hütte? Kommen wir da rein? Ne. Und hier ist Flohub. Und hier hinten geht's hier weiter. Oh, aber das ist da Dämpfen. Da geht's weiter. Das sieht mir hier aus wie ein Friedhof. Und hier kommen wir unten durch. Und ich hab' keine Ahnung, was die Schafe bedeuten, die Schwarzen. Aber das werden wir ja rausfinden ziemlich bald. Denn ich denke mal von der Lady, von der Herrin, da werden wir die Fertigkeit bekommen dann, durch so einen engen Tunnel zu sliden. Well, good evening, youngin. How does anyone know what time of date is down here? I hear the two of you are helping out Popop. He's in a bad way. Hehehe, alle dumme hier hinterwäldern. Excuse me, my friends. Hope you don't mind, but I gotta get back to searching. Did you lose something? Actually I did. I must have left the gate open, cause my flock of sheep seems to have gone astray. Ah, dat gehört zu einer Quest. I'm afraid some of them may have gone past the edge of town. I'll keep my eyes open for them. Well, thank you, son. There are six of them out there somewhere. Sechs Stück. They're in for a good talking to when I get my hands on them. The Levites will read them. But we'll get a lot of experience. We'll just take a quest. Weird. Then we'll go again to flow hop on. Hello dear. I'm going to hazard a guess that you're the outsider in town. I stand out that much, huh? Well, it's been years since I've seen someone like you. And it's been maybe thirty years since I've seen a nimbat like your friend here. What a treat. Hmm. Die weiß, dass Fidget ein Ameisenbräutler ist. They don't like flying into caves. You know, the dark, the cramped spaces, the endless, endless gloom, that's endless, forever. I'm sorry. Look at me going on. My name is Flo Hop. And my husband Gappy is up there in the pen minding the sheep. He's been so overworked that I was hoping to make him his favorite stew. But to be honest, I'm having trouble growing red moss with the wells running dry. I think I might have gone and made my last stew. Stew? I could always help you find some of that red moss if you like. Oh, I couldn't bother you for something as silly as that. I know where they used to grow, but with all these monsters about, I dare not leave mud pot. It's no trouble, really. If I come across any, I'll bring them to you. Well, aren't you a sweet one? Red moss clumps grow at the base of the large red mushrooms, and they tend to prefer perfect darkness. Just don't hurt yourself on my account. Rot moss im Klumpen. An den Stieren der großen roten Pilze finden. In fact, take this ring. It'll provide a little bit of light in the darkest of places. Thanks. Where is the ring? Is that already in the ring? Or like? Here come here? No. Good. Then come here. And we'll see if we can see his hidden stick right down there. The ring. So close. Let's see if I can see a thing right in the castle. The ring. Be sure. doch. Warum kommen wir da nur durch? Weil das die Dorfbewohner so angeräumt haben? Oh, ist das schon wieder start? Oder weil ich hier irgendwelchen Zeugs schon ausgerüstet habe? Nee, den Ring habe ich ja noch nicht angelegt, der mir Licht geben soll im dunklen Aurierraum. Und jetzt noch weiter runter. Und zurück zu den Zirrmanöhlen. Wir speichern hier noch einmal ab. Sind auch schon Level 14, knapp 15. Liegt also schon ziemlich lang zurück, das wir das letzte Mal gespeichert hatten. Wir haben uns auch ziemlich lange da oben im Dorf schon aufgehalten. Oh, der macht aber einen Satz nach oben. Wollten wir mal gucken, ob ich da noch irgendwas vergessen habe, aber dem war nichts. So, hier haben wir noch einen Laden. Ah, hello again, my friend. I suspected you would return. Mhm. Und ja, viel Geld haben wir noch mehr. Also sag erstmal Tschüss. Also da ist ein warmer Stachel. Und da ist Wind, der uns wegschiebt. Okay. Der ist aber nur da oben. Und von oben kommt jetzt Wind, der wird uns runterdrücken. Was machen wir also? Wir werden versuchen rüberzuspringen. Und das ging einfacher als gedacht. Also ohne Probleme kommt der Tobi hier, kommt der Dust hier durch. Und kaum gesagt schon, pieken sie mir hier den Hintern wund. So, was haben wir hier? Nichts. Und der Kollege da oben auf seiner Farm braucht sechs Schäfchen. Die kriegen wir dann aber nur erst, wenn wir die Fähigkeit besitzen. Durch so eine eng Schächte zu sliden, möchte ich sagen. So, hier können wir runter, sagt Fidget. Und da oben geht es nicht weiter. Dann gehen wir doch mal runter. Und hier können wir sliden. weiter runter. Boah, was ist denn hier los? Sammeln natürlich. Aber genau das habe ich mir aber immer gefragt, wie er das wohl schleppen will. Gut, hier müssen wir ganz schön aufpassen. Also wird es schwieriger, auch jetzt so langsam zu breit verlaufen. Die Bombe müssen wir hier wahrscheinlich rüber buxieren. Mal gucken wohin. Fidget meint schon, wir müssen runter. Geht's nicht weiter. Hier kommen wir nicht runter. Wenn man schleichen könnte. Sodass man die Pflanzen erst gar nicht auslösen würde. Aber schön gezeichnet zum speichern brauchen wir hier nicht unbedingt. Und weiter geht's. Da haben wir ein Seil da oben. Und eine. Ein Käfig im Verschlossenen. Und keine Monster. Da geht's scheinbar wirklich nur darum, gekonnt zu springen, zu plattformen, verformen. hinzulegen. Zurück kommen wir nicht mehr. Da müssen ja der Lady ziemlich dicht schon sein. Ich dachte wir brauchen die Bombe da hinten noch zu irgendwas. Aber sieht nicht so aus. Da haben wir Wind von unten. Und da müssen wir auch runter. Ja. Der trägt uns nach oben. Oh, das erinnert mich hier gerade ziemlich krass an Earthworm Jim. Das hatte ich damals auf dem Mega Drive gezockt. Aber noch intensiver auf der Xbox. Weil das hatten sie irgendwie. Also auf der Xbox 360 hatten sie irgendwie dann mal Remastered gehabt. Das gab's dann. Oder gibt's wahrscheinlich immer noch. War lange nicht mehr an der Xbox dran. Auf deren Marktplatz als Arcade-Titel. Und ich wollte unbedingt durch, durch das Game. Ah, das war so zum Kotzen, Junge. Ständig verreckt in diesem Game. Da hattest du eben auch so ne Passagen gehabt. Wo du halt schnell durchfliegen konntest. Ähnlich wie bei... Wie hieß dat? Battletoads, glaube. Fürs Super Nintendo. Ich glaube Battletoads gab's auch fürs Mega Drive. Und das war die reinste Qual. Also... Stinksauert aufmals. Irgendwie Rage quittet. Muss ich sagen. So, wir haben eure Herausforderung. Ich denke mal, einmal können wir ruhig tun. So ne Herausforderung. Drücke dann A. Oder ist dat ne Fähigkeit? Neue Fertigkeit erworben. Cool, jetzt haben wir dat Ding. Seitschritt in der Hocke verfügbar. Halte unten gedrückt und drücke A. Das geht ja einfacher als ich dachte. Ich dachte, wir brauchen immer ein bisschen Anlauf dafür, um zu sliden. Aber... Da macht der ja wie von selbst. Cool. Können wir also durch so ne engen Schächte jetzt schon durchsleiden. Das bringt uns sehr viel. Man, da kannst du auch sehr viel Zeit mit verbringen, jetzt so die ganzen anderen Schächte in der Welt zu finden. Und die dort abzugrasen. müde 2. 11.